Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Die NASA geht davon aus, dass der nächste Starship-Start in den kommenden Monaten erfolgt. China veröffentlicht direkt nach Starship-Start sein Konzept für eine vollständig wiederverwendbare Rakete und gibt Einblicke in ambitioniertes Mondprogramm. Japanisches Start-up Icebase verliert Sonde bei Mondlandung, erster Satelliten-Internet-Anruf mit handelsüblichem Handy gelingt, Virgin Galactic fliegt wieder und die erste EVA eines arabischen Astronauten. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrt-Kanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Donnerstag, den 27. April, ist nach einer Verschiebung dann eine Falcon 9 von der Veneberg Space Force Base in Kalifornien gestartet. Den Starlink-Flug hatte man einen Tag zuvor nur kurz vorher abgebrochen, da man ein Problem identifiziert hatte, das eine Landung des Boosters hätte gefährden können. Trotzdem kam es bei der Landung auf dem Roadship of Cause I Still Love You zu einem Brand in der Triebwerkssektion und schließlich durch das Öffnen eines Entlüftungsventils zu einem großen Feuerball. Ursache des Brandes ist noch nicht öffentlich bekannt. Am Freitag, den 28. April, ist von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit den kommerziellen Satelliten O3B, M-Power 3 und 4 des kommerziellen Satellitenbetreibers SES gestartet. Satelliteninternet über handelsübliche Handys ist kurz vor dem Durchbruch. Die Firma AST Space Mobile gab am 25. April bekannt, dass ihr gerade ein Telefongespräch mit einem Standard-Smartphone über einen Test-Satelliten BlueWalker 3 gelungen sei. Mit einem nicht modifizierten Samsung Galaxy S22 stellte man am 20. April von Texas aus eine direkte Verbindung zum Satelliten her und führte ein kurzes Gespräch mit einem iPhone-Nutzer in Japan. Bisher bloß eine Technologiedemonstration, aber eine Vielzahl von Anbietern arbeiten aktuell an einem Service, der Mobilfunklöcher weltweit schließen soll. Ganz spontan haben wir uns in den Livestream gesetzt. Das japanische Unternehmen iSpace wollte Geschichte schreiben und die erste kommerzielle Mondlandung durchführen. Das Unternehmen hat aber mitgeteilt, man habe die Kommunikation mit seiner Raumsonde Hakuto Air kurz vor der Landung verloren. Der Länder soll sich in einer vertikalen Position befunden haben, als er den letzten Anflug auf die Mondoberfläche durchführte. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Treibstoff bereits vor der Landung ausgegangen ist. Das war bereits der zweite Versuch einer kommerziellen Mondlandung. 2019 war das israelische Barashid-Raumfahrzeug nach einem Ausfall des Haupttriebswerks auf den Mond gestürzt. Diesen Mittwoch führte die VSS Unity von Virgin Galactic den ersten Freiflug seit Juli 2021 durch. Damals flog Virgin Galactic-Gründer Richard Branson mit dem Hybrid-Raketenflugzeug in eine Höhe von etwa 85 Kilometern Höhe. Seitdem hat Virgin Galactic das Raumfahrzeug überarbeitet, um die Fluggeschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Virgin Galactic plant regelmäßige ballistische Touristenflüge mit kurzer Schwerelosigkeit. Die Firma Astrobotics wird ihren nächstgrößeren Lander mit einer Falcon Heavy von SpaceX zum Mond schießen. Astrobotic möchte wie die Firma iSpace kommerzielle Nutzlasten zum Mond bringen und bietet dafür derzeit zwei Lander an. Der Peregrine Lander, der bis zu 120 Kilogramm Nutzlast tragen kann, der wartet ja auf seinen Erstflug mit der Falcon von ULA. Fun Fact, da ist unter anderem ja auch ein Strahlungsmesssensor des DLRs an Bord. Der Erstflug des nächstgrößeren Länders, Griffin, mit einer Nutzlastkapazität von 500 Kilogramm, wurde nun für 2024 mit einer Falcon Heavy von SpaceX gebucht. Griffin als zweite Mission von Astrobotic wird den NASA Rover Viper zur Suche nach Eisablagung am Südpol des Mondes transportieren. Der Start der Axiom-2-Mission zur ISS, der ursprünglich für den 8. Mai geplant war, wird verschoben. Auch derzeit den 17. Mai. Ursache? Der Falcon Heavy Start von Viya Sat 3 wurde ja immer weiter verschoben und hat so das PET blockiert. Der Start von SpaceX TS-28, einer Frachtversorgungsmission zur ISS, ist aktuell für den 3. Juni geplant und die NASA möchte unbedingt diese Missionsplanung einhalten. Unter anderem deswegen, weil dort Irosa-Solarpaneele mitfliegen, deren Installation mit EVA unbedingt vollzogen sein muss, bevor die ISS in eine High-Beta-Phase, also eine Phase permanenter Sonneneinstrahlung, eintritt, da die neuen Solarpaneele nur bei orbitaler Nacht per Kabel mit der ISS verbunden werden können. Ja, um einen elektrischen Schlag zu verhindern. Sollte die Axiom-2-Mission deshalb also nicht spätestens ab 23. Mai gestartet sein, droht eine Verzögerung bis mindestens Juli, gegebenenfalls sogar August. Nachdem der Generaldirektor von Roskosmos, Yuri Barisov, in einem Brief an die NASA am 25. April offiziell der Verlängerung der ISS oder dem ISS-Programm bis 2028 auch von russischer Seite zugestimmt hat, hat die NASA in einer Pressemitteilung am 26. April verkündet, das ISS-Programm sei nun, da der letzte internationale Partner der Verlängerung zugestimmt hat, offiziell bis mindestens Ende 2028 verlängert. Alle anderen internationalen Partner, das heißt NASA, kanadische CSA, japanische JAXA und europäische ESA haben übrigens bereits einer Verlängerung des Programms bis Ende 2030 zugestimmt. Bis Ende 2028 möchte die NASA jedoch die ISS durch kommerzielle Module der Firma Axiom Space so stark erweitert haben, dass man, sollte ein vorzeitiger Ausstieg der Russen Ende 2028 erfolgen, dann kommerziell weitermachen kann. Derzeitige Pläne sehen aber vor, dass die noch zur ISS startenden kommerziellen Axiom Module vor dem Ende der ISS abdocken und eine neue kommerzielle Raumstation bilden, eine eigenständige Station. Ob bei diesem Abdocken auch einige neuere Module der ISS mitgenommen werden, das bleibt abzuwarten. Bis Ende 2028 ist man jedoch noch von den Reboost- und Lagerregelungsfähigkeiten des russischen Segments und somit von der Zusammenarbeit mit Russland im ISS-Programm abhängig. Am 28. April stiegen der NASA-Astronaut Steve Bowen und der Astronaut der Vereinigten Arabischen Emirate Sultan Al-Nayyadi mit US-amerikanischen EMU-Raumanzügen um 15.11 Uhr MESZ aus der Quest-Luftschleuse aus. Ziel des Weltraumausstiegs war es unter anderem, die Kabel an den Befestigungen für die kommenden neuen Irosa-Solarpaneele, die mit der kommenden SpaceX Cargo-Dragons zur ISS kommen, vorzubereiten. Bei dem Versuch, eine Bauteilgruppe an einer der S-Band-Antennen zu lösen, gab es Probleme. Nachdem man alles versucht hatte, um diese zu lösen und sogar einen speziell für Weltraumausstiege designten Hammer benutzt hat, mussten die Spacewalker unverrichteter Dinge wieder die ISS betreten. Die EVA endete um 22.12 Uhr MESZ nach sieben Stunden und einer Minute. Besonders erwähnenswert ist, dass dies der erste Weltraumausstieg eines Astronauten an der ISS ist, der nicht einer Betreibernationalität angehört. Wie Andrew Jones von SpaceNews.com berichtet, hat China seine Pläne zur Erforschung des Mondes konkretisiert. Die nächste Mission wird der Start des Kuaizhou-2-Mondrelais-Satelliten Anfang nächsten Jahres sein. Dieser Satellit soll dann die Kommunikation mit Chang'e 6 ermöglichen. Chang'e 6 soll im Mai 2024 starten und die ersten Mondproben von der erdabgewandten Seite des Mondes zur Erde bringen. Alles Mondgestein, was wir bisher auf der Erde haben, das stammt von der erdzugewandten Seite. Dieser neue Satellit wird auch als Kommunikations-Relais-Satellit für die Missionen Chang'e 7 und Chang'e 8 zum Südpol des Mondes dienen. Chang'e 7 besteht aus einem Orbiter, einem Lander, einem Rover und einer hüpfenden Raumsonde, die zusammen nach Wassereis in ständig beschatteten Kratern suchen sollen. Die Mission wird im Jahr 2026 starten und einen Landeplatz im Shackleton-Krater anpeilen. Chang'e 8, das 2028 startet, wird ein Roboter enthalten, der die Herstellung von 3D-Drucksteinen aus Mondregulier testen soll. Alles robotische Missionen, in China wird aber auch mit Hochdruck dann gearbeitet, eine Kuh noch vor Ende des Jahrzehnts zum Mond zu bringen. Und da der politische Wille und das Budget wohl kein Problem darstellen, würde ich das China auch zutrauen. Da es durch den Starship-Start am 20. April eine enorme Nachfrage nach tagesaktuellen Neuigkeiten rund um das Starship gibt, veröffentliche ich aktuell den Starship-Blog der Raumfahrt-News vorab einzeln. Die allgemeine Raumfahrt-News gibt es wie immer, aber trotzdem sonntags morgens um 8 Uhr. Wenn du noch nicht so hundertprozentig fit bist, was das Starship ist und wie es funktionieren soll, habe ich eine knackige Kurzzusammenfassung veröffentlicht, die das Starship erklärt, verlinke ich dir unter dem Video. Viele Kommentare nach dem Starship-Start am 20. April zeigten sich besorgt, in welchem Zustand sich das Starship-Programm wohl befindet und inwieweit es die Artemis 3-Mondlandung gefährdet. Nach dem Start der 120-Meter-Rakete aus Super Heavy Booster und Starship-Oberstufe verlief der Testflug ja nicht nach Plan und es kam zu einer massiven Beschädigung der Startanlage. NASA-Administrator Bill Nelson sagte, dass der vorzeitige Abbruch des Starship-Testflugs kein großer Rückschlag für die Pläne bedeutet, mit Starship schon 20, 25 Astronauten auf dem Mond zu landen. Weiter sagte Bill Nelson, SpaceX würde voraussichtlich schon in zwei Monaten zu einem weiteren Starship-Testflug startbereit sein. Das stimmt überein mit der Aussage von Elon Musk. Wie optimistisch die Aussage von Elon Musk ist, wird die Zeit dann zeigen. Bill Nelson präzisierte, SpaceX werde mindestens zwei Monate brauchen, um die Startanlagen wieder aufzubauen und parallel dazu ebenfalls etwa zwei Monate, um die nächste Rakete startbereit zu machen. Die NASA möchte, wie gesagt, mit dem Starship im Artemis-Programm Menschen auf dem Mond landen. China hat auch den Mond als nächstes Ziel für sein Crew-Programm ausgegeben. Dafür entwickelt China die Lange Marsch 10, deren Erstflug voraussichtlich 2027 stattfinden könnte. In China ist man zuversichtlich, dass man noch vor Ende des Jahrzehnts eine Besatzung auf der Mondoberfläche landen kann. Warum erwähne ich das im Starship-Blog? Weil sich die chinesische Trägerentwicklung jetzt endgültig zu einem Wir-machen-alles-so-wie-Space-Ex entwickelt. Da machen wir uns in Deutschland ja gern drüber lustig über das Kopieren. Aber ich mache mir aktuell eher Sorgen darüber, ob wir in Europa nicht zu viel Zeit mit dem Erklären verschwinden, was SpaceX so alles falsch macht. Gar nichts falsch macht der Everyday Astronaut Tim Dodd. Der hat ja nicht nur mich seit meiner Kindheit wieder zum glühenden Raumfahrt-Fan gemacht und war mit Scott Manley der Grund, warum ich Senkrechtstarter überhaupt gestartet habe. Jetzt nochmal ein extra Shoutout, denn Everyday Astronaut hat die Woche unglaubliche, bisher noch nicht gesehene 4K-Aufnahmen vom Start veröffentlicht. Hier nur mal ein Screenshot, weil ich natürlich möchte, dass ihr euch das Original anschaut. Tim vom Everyday Astronaut hat unglaublich viel Zeit und Arbeit und auch Geld für Equipment in diesen Start investiert. Sie verdienen also jeden Klick und jede Sekunde eurer Watchtime. Also unbedingt anschauen. Das Video verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ich muss Bocacica auch unbedingt mal aus der Nähe sehen und für euch von vor Ort berichten. Vielen Dank an dieser Stelle an alle eure Superchats und Spenden, denn aktuell versuchen wir ja für Senkrechtstarter eine Reise nach Bocacica zu finanzieren und ich bin mir jetzt mittlerweile echt zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ein großes Dankeschön geht da auch wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Raumfahrt ist im deutschen Sprachraum absolutes Nischenthema und damit lässt sich aktuell nicht wirklich Geld verdienen. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, ja, da findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter-Patreon. Hashtag Team Space. In der letzten Technik-Episode habe ich gesagt, dass die Starterlaubnis für das Starship ja jetzt erstmal weg ist. Und das ist so auch richtig, denn die Starterlaubnis, die wurde ja nur für einen Testflug erteilt. War also kein All-You-Can-Launch-Armbändchen. Meine Aussage, es werde sicher nicht so einfach für SpaceX, eine erneute Starterlaubnis zu bekommen. Die bezieht sich auf eine E-Mail oder ein E-Mail-Statement der FAA, der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde. Dort heißt es, eine Wiederaufnahme des Flugs des Starship und Super Heavy-Fahrzeuges ist nur möglich, wenn kein System, Prozess oder Verfahren, das mit dem Unglück in Verbindung steht, die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt. Die Starterlaubnis ist also an den Einfluss auf die Umwelt gekoppelt. Und da ist der aktuelle Stand, ja, obwohl zahlreiche Trümmer über hunderte von Hektar verstreut und ein kleines Buschfeuer ausgelöst wurden, hat man laut einer Erklärung der US-Bundesbehörde für Fischerei und Wildtiere bisher keine getöteten Wildtiere gefunden. Aber das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass da keine Wildtiere beeinträchtigt wurden. Der Schaden, der entstand ja durch Trümmer, die vom beschädigten Startplatz des Super Heavy Boosters weggeschleudert wurden, sowie durch eine Staubwolke aus pulverisiertem Beton, die sich bis zu 6,5 Meilen nördwestlich des Startplatzes abgelegt hatten. Der Schaden betraf hauptsächlich Land, das SpaceX und dem Boca Chica State Park gehört. Ja, viel wird gesagt zum Pet und dem riesigen Loch, das dort gegraben wurde. Auch unter meinen Videos gibt es sehr, sehr viele Kommentare von der Art, ja, die sind ja wohl nicht ganz sauber, schließlich haben alle Raketenstartrampen ja schon immer Flammenableiter und riesige Abgasumleitungskanäle. Das ist so richtig. Lustige Beobachtung dazu vielleicht. Bisher hat ja SpaceX nur Startanlagen übernommen und nie eine selbst gebaut. Alle Startanlagen, die SpaceX nutzt, hat entweder die NASA oder die Air Force gebaut. Die Space Force gab es damals ja noch nicht. Ausnahme Falcon 1, aber im Vergleich zum Starship ist das auch eher eine Silvesterrakete gewesen, mit gerade mal 0,5 Prozent des Schubs vom Starship. Seit 2015 betreibt SpaceX ja am SLC-4 eine Startanlage und nun soll das SLC-6 Space Launch Complex 6 dazukommen. Der riesige Startplatz SLC-6 war mal für Starts des Space Shuttles von der Westküste gedacht, wobei der Shuttle dann aber nie von dort abhob. Hier übrigens ein Bild der Enterprise, die auch nie abhob, weil sie nie fertig gebaut wurde und nur für Freiflugtests genutzt wurde. Seit 2006 hat ULA die Startanlage genutzt, aber seit dem letzten Westküstenstart der Delta-4 Heavy von ULA am 24. September letzten Jahres ist das Pad nun frei. Damit würde SpaceX neben den beiden Pads am Cape auch zwei Pads an der Westküste halten und mit der Startanlage in Boca Chica insgesamt fünf Startanlagen betreiben. Wenn das Starship-Pad am Pad 39E einsatzbereit ist, sogar sechs Pads insgesamt. Warum führe ich das mit dem neuen Pad hier im Starship-Block auf? Ja, das Starship soll ja für die NASA von der neuen Startanlage am Pad 39A im Kennedy Space Center ausstarten. Achtung, jetzt reine Spekulation. Ja, weil SpaceX von der Air Force 102 Millionen Dollar für ein Programm zur Demonstration von suborbitalen Frachtversorgungsflügen mit dem Starship bekommt. Auf der Space Mobility Conference der Space Force in diesem Jahr sagte Colonel James Horn, stellvertretender Direktor für Operations beim US Space Systems Command, es gebe für das US-Militär zwingende Anwendungsfälle für den Transport von Fracht auf Raketen um die Welt. Explizit sprach er über die im Zweiten Weltkrieg heftig umkämpften Inselketten im innopazifischen Raum. Dieses Gebiet stellt aus der Sicht der Mobilität einzigartige Herausforderungen, die laut Horn nicht durch Schiffe oder Flugzeuge, wohl aber durch Raketenfracht gelöst werden könnte. Ich weiß, Point-to-Point-Flüge gehören zu den Dingen, die am Starship-Programm am meisten belächelt werden. Ich dagegen glaube, das wird schneller passieren, als die meisten Menschen für möglich halten. Die Space Force geht übrigens davon aus, dass sie etwa ab 2026 über diese Fähigkeiten verfügen wird. Militärische Nutzung von Raumfahrtsystemen nicht mein Lieblingsthema, aber ich denke, wir sollten das trotzdem auf dem Zettel haben. Beim richtigen Preisschild wird die Liste der möglichen Kunden für das Starship vielleicht länger, als man so denken würde. Was meinst du, was wird zuerst passieren, dass SpaceX ein Starship auf dem Mond landet oder Fracht auf der Erde von einem Punkt zum anderen befördert? Schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Näher dran als der nächste Start des Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am Montag, den 1. Mai, möchte Rocket Lab mit seiner Elektron für die NASA 2 Tropics Hurricane-Beobachtungsathleten von Neuseeland aus starten. Am Dienstag, den 2. Mai, möchte SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten starten. Hier geht ein fettes Dankeschön an NASA Spaceflight dafür, dass ich ihr Material benutzen darf. Besonderer Dank geht an Adrian aus dem NSF-Team, der da mit Sicherheit ein Wort für uns eingelegt hat. Hashtag Team Space. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um den NASA Spaceflight abonnieren, schneller wissen, was vor Ort passiert, geht glaube ich nicht. Das war mein Starship-News-Blog. Da ihr aktuell ein so großes Interesse an dem Thema habt, veröffentliche ich den Starship-Blog vor den eigentlichen Senkrechtstarter-Raumfahrt-News am Sonntag. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Dann Like nicht vergessen. Und wenn du neu hier bist und weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, dann werden hier Senkrechtstarter abonnieren. Neben den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News am Sonntag gibt es ja immer mittwochs die Senkrechtstarter-Technik-Episoden. Dazu spannende Livestreams, Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren und Fabrikbesuche. Hier findest du zum Beispiel ein Video, das dich persönlich interessieren könnte. Ich kann es ja kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.